Ich freue mich über das Ergebnis hier im Wahlkreis Bergstraße. Es ist ein klarer Rückhalt aus der Bevölkerung für meine Arbeit in den kommenden vier Jahren in Berlin. Dafür allen Wählern ein herzliches Dankeschön. Ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die seit November letzten Jahres mit mir gemeinsam zehn Monate gekämpft haben. Ich habe nie das Gefühl gehabt, allein zu kämpfen, sondern immer im Team, in der Gemeinschaft. Das hat geholfen und wohlgetan. Und ich hoffe, dass wir jetzt die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, auch ordentlich bewältigen können. Dazu hilft, dass die Große Koalition heute Abend ein Ende gefunden hat. Dass wir eine stabile Mehrheit mit Union und FDP bilden können. Das wird Deutschland helfen, weil es eine stabile Regierung bekommt. Es wird der Demokratie helfen, weil wir starke Opposition und starke Regierung haben. Und es wird auch der Union helfen, weil Profile der Union wieder klarer erkennbar werden. Insofern ein guter Abend und herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Vielen Dank. Vielen Dank.